Literatur-Radio Hörbahn Abseits vom Mainstream Literatur und Kritik Wenn Oberflächen brechen, verschwinden in Lawinen Der neue Roman von Robert Prosser Eine Rezension von Gallus Frei Robert Prossers scheinbarer Lawinenroman ist viel mehr. Das deutet schon der Infinitiv im Titel an. Lawinen sind vielfältig. Es gibt jene aus Schnee und Steinmassen, aus Schlamm und Geschiebe. Aber es gibt auch jene, die Leben unsichtbar verschütten, die Menschen niederdrücken, Menschen nicht entfliehen lassen. Robert Prosser ist ein erstaunlich vielschichtiges Kunstwerk gelungen. Da gibt es die Geschichte einer Naturkatastrophe, einer Schneelawine, von der man befürchten muss, sie habe zwei noch ganz junge einheimische Opfer gefordert. Irgendwann findet man das Mädchen, schwer verletzt, bringt es ins Spital und hofft. Vom gleichaltrigen Burschen fehlt jede Spur und es ist mit dem Schlimmsten zu rechnen. Das ganze Dorf steht unter Strom, in einer Mischung aus Ergebenheit den Naturkräften gegenüber und der Angst, eine weitere Tragödie akzeptieren zu müssen. Da ist die Geschichte einer Familie, die auseinandergebrochen, schon lange in einer Lawine aus Schicksalsschlägen begraben ist. Xavers Familie, jene des Protagonisten, der sich an der Suche nach dem Freund seiner Nichte Noah beteiligt, Xavers Großvater war ein Mann, der Geheimnisse mit sich trug und ganz im Gegensatz zum Rest der Familie seine Welt mit der er seines Enkels teilte. Jener Großvater, schrullig und eigenwillig geworden, verschwand in den unwegsamen Schrunden der Berge. Als man ihn mit dem Hinweis eines Einsiedlers fand, war er bereits seit Tagen tot und mit dem Tod des Großvaters begann auch das langsame Sterben von Xavers Mutter Anna, die sich irgendwann nur noch mit der Flucht vor sich selbst zu retten wusste, in eine Hütte auf einer der Almen. Das Knacken, als ob ein jagendes Wiesen aus dem Gebüsch bricht, der Riss im Schnee, sekundenschnell wächst eine Gewalt, die abwärts stürzt und alles frisst, auch die Luft zum Atmen. Da ist die Geschichte von Xavers selbst, der eigentlich Schauspieler hätte werden wollen, aber irgendwie im Dorf hängen blieb. Nicht zuletzt, weil er als einer der wenigen mit mehr oder minder illegalen Schlachtungen zu einem gesuchten Mann im Dorf wurde. Mit jenem Gerät, dem Blitzer, dem Bolzenschussgerät, das er dauernd mit sich herumträgt, vielleicht, weil nicht so, wie seine Schlachtungen reibungslos vonstatten geht. Er ist im Dorf verschüttet, in einem dazwischen, einem Hohlraum, den er zusammen mit seinem schläfrigen Freund Flo lieber mit Kifferdunst füllt, als mit der wilden Entschlossenheit auszubrechen. Und es ist die Geschichte eines ganzen Dorfes, das sich mit gespielter Freundlichkeit dem Tourismus verschrieben hat, ein Dorf zwischen Ergebenheit gegenüber der Natur und jener der zahlenden Gäste. Ein Dorf, das gute Miene macht zu einem Spiel, das ihm das Letzte raubt, die Ehrlichkeit, das Authentische. Da kommt eine solche Lawine gerade recht. Sie bündelt das Wenige, das an Solidarität geblieben ist für eine hektische Suche nach Noah, dem Vermissten. Man rottet sich zusammen, man reißt sich zusammen. Irgendwann gehen dir die Möglichkeiten aus, glücklich zu werden. Und bevor es soweit ist, versuche ich es lieber hier. Auch Xaver ahnt, dass in dieser Suche nach dem wahrscheinlich Verschütteten auch seine eigene Rettung liegen könnte. Und weil der Einsiedler und Heiler Matoi damals seiner Mutter Anna den Hinweis gegeben hatte, wo Xavers Großvater zu finden wäre, macht sich Xaver auf die Suche nach dem Bärtigen irgendwo in den Bergen. Und weil er weiß, dass sich auch seine Mutter nach oben zurückgezogen hat und man sich im Dorf mit Gerüchten um die beiden nicht zurückhält, wird es eine Suche nach vielem, nicht zuletzt nach dieser einen Chance, Wege herauszufinden. Robert Brossers Roman ist ein kraftvolles Bergpanorama, ohne jenes Pathos, ohne eine Faser Kitsch. Ein großes Bild mit Übermalungen, Überblendungen, als würde sich das Szenario beim Lesen in mir zu einem feinmaschigen Teppich verweben. Robert Brossers Sprache ist stark. Ihr Klang so archaisch wie das Licht, die Konturen der Berge, die Kälte und so direkt wie die Schilderungen einer Schlachtung im Dorf, als Xaver bereits weiß, dass irgendwo da oben ein noch nicht erwachsener Bursche einen langen Kampf ums Überleben auszustehen hat. Robert Brossers Schreiben folgt nicht dem Countdown um Leben und Tod, sondern den Verletzungen der vielfach Verschütteten, dem Verschwinden in Lawinen, beeindruckend und nachhaltig. Sie hörten »Wenn Oberflächen brechen, verschwinden in Lawinen« der neue Roman von Robert Brosser, eine Rezension von Gallus Frei, Sprecher Matthias Püllmann. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Anke, Spotify, Apple Podcasts, iTunes, Google Podcasts, Radio.de und viele andere mehr.